klick so also letzter Kampf Mario Tunniya Otonashi gegen Glitzer mit Miltang wieder alles klar und wieder mit Sichler und Nice den schauen wir uns noch an auf geht's Leute da ist wieder die böse Mucke im Hintergrund an alles klar Toto die Schößen nichts das haben wir noch vorhin schon mal gespielt genau das gleiche haben wir im Kampf davor auch gesehen der wenn Toto geht ein paar mal zurück schreckt das ist genau der gleiche Kampf hier eben zumindest der Anfang der boostet sich okay vorhin hat er auch mehr kp glaube gehabt oder ah ne Fokus Gott dann doch nicht genau jetzt macht er dreimal Eisenschädel und das Tourtalk schreckt immer wieder zurück naja diesmal nicht so war es im Kampf davor da kommen mir bekannt vor ab jetzt ist es ein anderer Kampf okay vorhin hat das Tourtalk nämlich verloren okay ja lustig lustig ja lustig lustig der Anfang war exakt genau so wie vorhin nicht schlecht 19 Runden bei dem so so Meloetta ist verwirrt so hat die Aquawelle den jetzt verwirrt das ist fies dieser Wüste sind häufig vorhanden ja das war jetzt echt so so habe ich den richtigen Kampf an was das habe ich doch vorhin schon gesehen so gut kommt rein das darf schon mal angreifen und dann hat es aber keine Wirkung trotz Verwirrung ist er durchgekommen so ein Stein die Verwirrung ist die Verwirrung ist in einer Matrix das passiert wenn sich was ändert so ein Stein zeigt man was zu können so Stein kann das macht ordentlich Schaden ich glaube nicht ganz und von Kripp ich dachte jetzt durch den Sandsturm stirbte trotzdem aber durch die Berge halt nicht sie reiche Ernte gut als ob er hat die Versteckte nicht schlecht jetzt auch noch die Tarnsteine raus wenn ich schon geht dann mit Tarnsteine so wirkt das irgendwie gerade ich weiß nicht so so ohne Irrlicht hätte es gereicht so also der Kripp rassiert einschränkt wieder ein Kripp und ein Abel Müller an Abel so schauen wir mal was mit einer Presse macht die Klo vor da geht es den Geist mehr das ist der Fülle und war auch gekriegt da ihr kräftet nur macht doch mal normal und der Fakt Frust von Sturm legt sich Blitzer kommt rein Blitzer kann Spukball machte bestimmte abgangspunkt er macht Spukball abgangspunkt alter Wortefakt so jetzt kommt Bianca rein da wirkt die Attacke nicht die die Bianca macht Toxin Parallelwelten mehr bloß nicht so jetzt kommen wir zur Nubtu an Schallwelle? Wie der noch lebt. Grad so. Glitzer Stoll. So, rück. Katze. Jetzt hab ich auch meine... Meine Nivea-Creme wiedergefunden. Ja, das wollten wir jetzt alle wissen. Okay. Okay. Die Nivea-Creme ist am Start. So, mon blitz. Ciao, ciao, Meloetta. Oh, die shit. Blitzer ist zu schnell für die Welt. Ah, sichlo hat er ja noch, stimmt. Aber wie gesagt, Blitzer ist zu schnell für die Welt. Gut. Blitzer killt einfach alle. Ja, das sieht nicht gut aus. Ich bin da ab, ganz bunt. Alles klar. Geil, was passiert. Blitzer reißt ich noch mit in den Tod. Okay, gg. Und hat Blitzer gewonnen. Aber dieses Blitzer stirbt noch. Boom. Yay, okay. Passt. Sehr schön, Leute. Sehr schön. Outsch.